Assassin's Creed Universes Beyond, Beyond Booster Display, eins meiner Lieblings-Franchises in Magic, geiles Set, gucken wir rein. Ich muss wirklich sagen, ich liebe, liebe, liebe Assassin's Creed und in Magic gibt es jetzt Beyond Booster und davon haben wir jetzt ein Display vom lieben LipLab, aka Fabi. Ihr kennt das Ganze schon, ihr geht jetzt runter in die Videobeschreibung, geht auf Instagram und folgt dem Mann, lasst ihm mal Liebe da, schreibt ihm irgendwas Cooles unter seinen neuesten Post und ja, er hat mir das hier zugeschickt. Beyond Booster, ich bin ein riesen Fan von Beyond Booster, das muss ich jetzt dabei sagen, ich liebe Beyond Booster, weil da kriege ich nicht so viel Müll raus. Die Cummins, beziehungsweise Uncums, es gibt ja keine Cummins, in diesem Set sind so cool und ich habe wenig, wenig Karten, die einfach müllig sind. Hier sind fast nur gefühlt Hits drin. Ich sage, wie es ist. Also, das ist super cool. Ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die Universe Beyond nicht cool finden, also mit den Beyond Boostern. Ich persönlich liebe Beyond Booster, ich finde die großartig. Gucken wir mal rein. Und zwar, Become Anonymous, Magic Cylinders von Yu-Gi-Oh! The Revelation of Ezio. Um es runter zu gehen, damit die Kamera nicht so pumpen muss. Historic Mountain. Wie immer, bei ganzen Displays gehe ich nicht auf jede Karte einzeln ein, aber wenn ich sowas wie den Animus hier habe, es ist eine wunderschöne Karte. Es ist eine wunderschöne Karte im Deck und es gibt sogar einen Commander, der die raussucht. Man kann darum komplett ein Commander-Deck bauen, das ist so großartig. Dann haben wir Mortify, sehr cool. Und Roshan in dem anderen Artwork und Beyond Blitz Booster. Es gibt Minigames, Minigames. Soll ich nochmal ein Video zu diesen Minigames machen? Lassen wir das, das guckt dann eh wieder keiner. Aber ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ich habe früher zu allen Minigames-Videos gemacht. Wenn ein paar Leute das wollen, dann mache ich dazu auch mal ein Video. Ansonsten lasse ich es, wenn es zu wenige sind. So, dann haben wir Ardewale. Brotherhood Headquarters, sehr, sehr gutes Land. Go for the Throat, wunderschönes Artwork meiner Meinung nach. Die Insel, die wirklich was kostet. Ich glaube, die kosten mittlerweile fast einen Euro. Conspiracy, sehr, sehr, sehr gute Rare. Dann haben wir den Staff des Hermes. Sehr cool mit Lifelink, sehr nice. Und Ezio Brash Novitz. Und ein sehr cooles Artwork hier. Aber wie kann man das nicht lieben? Wie kann man dieses Booster nicht lieben? Wir gehen da durch. Wir haben bei dem ersten eine Playable Rare gehabt. Wir haben Mortify, was damals immer noch in manchen Commander-Dacks gespielt wird. Roshan ist ein cooler Dude. Und hier sind ein paar Ankampfs, wobei ihr hier eine lustige Karte habt. Hier habt ihr einen Typen, den ihr als Commander spielen könnt. Assassinen, einen Top-Removal, eine Karte, die früher wirklich teuer war. Einen Staff in Foil. Und ihr habt fast keinen Schrott. Das ist halt das Geile. Ich liebe es. Also, für mich ist es Schrott. Ja, man kann es nicht draften. Das finde ich auch sehr schade. Templar Knight. Eine der coolsten Karten des ganzen Sets. Pling-Infect. Forest. Cassandra. Sehr cool. Hidden Blade. In Foil. Das ist auch ein bisschen was wert. Und Shao Jun. Ja. Shao Jun. Geile Commander-Höre. Und auch noch wieder sehr cool. Und Cassandra. Eine meiner Lieblingskarten in dem Set. Weil sie halt auch eine Doppelkarte-Commande ist. Und ihr wisst, ich bin eigentlich kein Fan-Karte-Commander. Und man merkt, dieses Set ist mit Commander-Mind geschrieben. Natürlich. Aber ich liebe halt Assassin's Creed. Und ich muss sagen, sie haben das so schön gemacht. Dass man so schön da durchgeht. Path to Exile. Starker Removal. Und man findet halt immer Assassin's Trophy. Starker Removal. Phantom Blade. Ezio. Das haben wir schon. Und es ist halt so schön. Ich finde es einfach. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Wie schön ich es einfach finde, dass wir hier Beyond-Busse haben. Ich rede jetzt nicht mal von diesem Collector-Booster-Display. Die sie auch ein bisschen weird gemacht haben. Sondern ich rede wirklich nur von dieser Art von Boostern. Hier zum Beispiel. Das ist eine 5-10-Euro-Karte. Zwischenzeitig gewesen. Ich glaube, aktuell ist es 4 oder so. Mega-Karte. Kann man einfach im Ankamenslot ziehen. Abstergo Entertainment. Kostet auch irgendwie 1, 2, 3 Euro. Hat man es meiste schon wieder drin. Die Booster kosten leider ein bisschen mehr. Die kosten, glaube ich, bei den meisten 7 Euro. Für 5 Euro beim FNM mitzunehmen, finde ich sie großartig. Weil das ist... Oh mein Gott. Mit Unterschrift. Ist das hübsch. Alexander Negrea. Oh mein Gott. Ist das hübsch. Ja. Weil, wenn ihr jetzt vom FNM kommt. Und dann auch irgendwie ein Booster haben wollt. Was euch einfach nur happy macht. Dann habt ihr hier ein paar lustige, gute Karten drin. Piracy. Kostet auch ein bisschen was. Silent Clearing. Ich muss nicht mehr sagen, oder? Es ist einfach ein Land, ein Risenland. Wo ihr ein komplettes Artwork mitmachen könnt. Senu. Was ist das für ein Booster? Was ist das? Fall of the First Civilization und Chaojun. Ist das geil? Das ist richtig geil. Das ist mega geil. Ich bin so hyped. Oh mein Gott. Und solche Booster zu öffnen. Natürlich kriegt ihr das Venue von einem kompletten Display bei sowas selten raus. Ja. Aber ihr bekommt hier fast nur Terminate. Restart Sequence. Selbst Blood of the Black Ding ist so gut. Ihr bekommt so viele spielbare Karten hier raus. Die einfach gut sind. Und ja, man muss. Jetzt kriege ich andauernd hier welche. Man muss ein bisschen damit leben, dass es halt Assassin's Creed ist. Und für Leute, die jetzt nicht so wie ich in einem absoluten Assassin's Creed Hype und Fieber sind. Kann ich verstehen, dass es vielleicht nicht so cool ist, damit zu arbeiten. Aber wenn wir uns überlegen, wir haben... Oh, Rest in Peace. Brotherhood Relequian voll. Alexios. So. Rare. Playable Karte. Brotherhood kostet was. Wieder bezahlt. Also es ist insane. Ja, ich kenne die Videos vom Profavor. Ich kenne die Aussagen, die ganz viele meiner Kollegen als Content-Kreaturen getroffen haben zu diesem Set. Ich widerspreche denen allen. Ja. Island Bayer kostet nicht so viel. Hunter's Bow ist auch nicht so viel. Jakob Frey ist auch nicht so viel. Aber es ist zumindest ein cooles Booster, wo man eine coole Legendary hat. Eine zweite coole Legendary, die man sogar als Partner spielen kann. Ein schönes Land und ein paar Karten. So. Dasselbe kann euch bei einem Set-Booster passieren. Ja, man geht immer mit Durchschnittswerten von irgendwelchen Displays und so weiter. Aber wenn man das jetzt einzeln mal betrachtet. Ihr nehmt einen so einen Booster mit Arno sehr stark. Forest. Sword of Light and Shadow. Freaking Sword of Light and Shadow. Templer Knight in Foil. Und Shao Jun in Foil. Also... Mal ernsthaft. Wie kann man das doof finden? Universes Beyond machen alles richtig. Diese Assassin's Creed Booster machen alles für mich richtig. Ich hab hier noch so ein Epilog-Display rumliegen. Das mach ich einfach nochmal für euch auf die Tage. Und wenn ihr wollt, mach ich euch auch einen Vergleich zu den Epilog-Boostern. Weil bei den Epilog-Boostern war ich schon der einzige, gefühlt im ganzen Hintergrund, der gesagt hat, die sind nice. Die sind cool. Aber... Niemand. Niemand mochte die. Außer mir. Und ich hab das bei uns im Local Game Store so hart propagiert, bis die Leute wirklich angefangen haben, das zu glauben, mal zu testen. Und auf einmal sagten alle, ich hätt gern beim FNM einen Epilog-Booster als Preis. Ja, geil. Wir machen weiter. Ich liebe Assassin's Creed. Ich liebe, dass sie das haben. 7 Euro find ich bis 0, 5 Euro find ich okay. Aber... Das geht ja mit der Zeit runter. Sagen wir es mal so. Reunion. Wunderschönes Planes. Laya Hassan. Auch ein sehr cooler Command. Hab ich neulich gesehen. Hidden Footblade. Und Arne Wale. Treasure. Und... Naja. Ich hab mich jetzt genug aufgeregt, oder? Wir genießen jetzt einfach Assassin's Creed Universe Beyond. Mit... Was? We put the in Magic the Gathering. Okay. Assassin's Creed Hookblade. Lydia Fry. Das ist, glaub ich, die Mom oder so, oder? Planes. Spear of Leonidas. Damit haben wir mit Cassandra die Kombo für den Commander fertig. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Und... Uh... Uh... Apple of Eden. Ice Relic. Auch sehr, sehr stark. Sehr, sehr gute Karte tatsächlich. So. Weiter geht's. Mythic Rare. Full Art. Kost, glaub ich, auch irgendwie 7, 8 Euro. Und wir haben noch ein Minigame. Die Nummer 3. Die haben wir noch nicht. Was ist es denn? Find the Assassin. Nice. Alexios. Planes. Nochmal der Stab des Hermes. Auch eine so gute Ausrüstung. Recognize. Reconations oder so. Starke Karte. Und Lydia Fry. Ich bin gerade wieder happy. In mir steigt so eine innere Glücklichkeit auf, dass ich wieder Assassin's Creed öffnen kann. Brotherhood Relic. Nochmal das Geld drin. Jacob Fry. Die ist mit Evie Fry Partner bei, wie gesagt. The Reunion. Und SEO. Double Foil. Ein cooler Commander. Ein Land. Brotherhood bezahltes Ding. Zum Großteil das Booster. Also, es ist einfach insane. Wie, wie, wie hart hier Lobbyarbeit gegen dieses Set betrieben wird. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Recognize. Gute Karte. Smoke Bomb. Eine sehr gute Karte. Mountain. Ezia Auditore. Deferenza. Kostet, glaube ich, auch irgendwie 18 Euro oder so. Mega Karte. Jack Door. Arab. Maras. Ne. Aber. Aber es mir. Ein sehr lustiger Commander, den die Commander-Schmiede jetzt übrigens gebaut hat. Grüße gehen raus. Und dafür sich ein Zenu gekauft hat, nachdem er mir seinen geschenkt hat, den ich jetzt tatsächlich bei mir im Deck verbaut habe. Ja. Danke nochmal dafür. Sehr, sehr cool. Und ja. Wie gesagt. Der Ezio Auditore. Deferenza. Kostet auch irgendwie, glaube ich, 15 Euro. Und habt ihr schon wieder zwei Wurzeln. Was für eine Lobbyarbeit gegen dieses Set getrieben wird. Ja. Die war mal richtig schwer. Mölnir. So cool. Ezio. Arab. Mir. Und eine coole Karte. Auch ein, wie gesagt, sehr cooler Commander. Mölnir. Auch sehr cool. Und ich muss halt sagen. Ich mach das jetzt mal hier raus. Ja. Wenn ihr das überlegt. Mi, mi, mi. Wir haben davon jetzt nur einen Booster bekommen. Oder so. Und man hat nur sieben Karten. Aber genau darum geht's ja. Wenn ich jetzt das Display zusammenrechne, vom Preis her, werde ich wahrscheinlich nicht auf den Einkaufspreis kommen. Da werde ich wahrscheinlich Geld mit verloren haben. Beziehungsweise nicht ich, sondern der liebe Lipplap. Entschuldigung dafür, Lipplap. Und, äh. Naja. Aber wir haben hier Desmond Miles. Er sieht immer noch aus wie... Mal gucken, ob ich den reinkriege. Er sieht für mich aus wie Eminem. Pretty Lassie. Lydia Fry. Ja. Und. Ja, man wird das Geld für das gesamte Display nicht drin haben. Aber man hat halt Heavy Hitters drin. Und wenn man die halt hittet. Ho, 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 ho. Dann kann man halt richtig cool machen. Hier, Fatal Push. Ich meine, ich meine, es lebt auch viel davon, dass die Karten gerade gereprintet sind und sportbillig sind. Fatal Push war früher mal, ich glaube, zu Peak-Zeiten fast 10 Euro. Kostet halt nichts mehr. Ist aber ein wunderschönes Artwork. Ich meine, wie geil ist das? Und man muss halt dabei sagen, dieses Ding ist Havi. Auch cool. Alphata. Odin genannt. Wie cool ist das, dass man hier einfach... Oh. Hey, war. Oh mein Gott. Wie cool ist das, dass man hier einfach Karten draus ziehen kann, die Top-Removal sind. Es sind wirklich Top-Removal drin. Path to Exile. Terminate. Und, und, und. Und dazu haben wir noch den Punkt, dass wir sehr cool Legendary. Legendaries drin haben, wie Sigurd und Shea Cormac. Shea Cormac auch sehr, sehr gut. Tatsächlich wird aktuell sehr viel getestet in BW Humans. Und wir haben wirklich eine Menge, Menge, Menge coole Karten hier drin. Und war... Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich verstehe diesen... Wie gesagt, ich verstehe, ich verstehe es nicht. Haystack. Propaganda. Auch eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Gerade für Commander. Yggdrasil. Der kostet Geld. Weil der wirklich stark ist. Weil er halt alle Kreaturen in unserem Friedhof existiert. Und sie langsam wieder reinbringt. Das ist so stark. Ardewale in Foil. Und Sean and Rebecca. Agent. Mit denen kann man den Animus raussuchen, wie ich gesagt habe. Mehr als Gravejard Hunt. Oder Bibliothek. Das ist sehr cool. Weil sie sind eine sehr coole Commander-Partner-Duo. Weil es ja nur eine Karte ist und so weiter. Habe ich auch schon gesehen, wie die jemand gebaut hat. Und ich habe ihm wirklich zwei Stunden auf Twitch zugeguckt, wie er die Stack gebaut hat. In, ich glaube, italienisch. Und ich habe kein Wort verstanden. Aber ich fand es einfach cool. Weil es einfach ein cooles Konzept ist. Wir ziehen eine Menge von diesen Inseln. Marion Reed. Mary Reed und Anna Bonny. Die beiden Frauen, die sich als Piraten ausgeben. History. Lydia Fry. Und ein Hidden Blade in Full Art. Drei noch. Dann haben wir das Display fertig. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch noch da sind. Hi. Ich hoffe, euch geht es gut. Und Wirkungsan Path to Exiles. So gut. Mountain auch so wunder, wunder, wunderschön. Oh mein Gott. Dann Aveline de Grand Père. Grand Père, Entschuldigung. Sean und Rebecca in Foy nochmal. Und Sean, Shay, Cormac. Es ist für mich einfach Weihnachten. Wir haben Senu gezogen. Senu ist die beste Karte des Sets, meiner Meinung nach. Wirklich die beste, mit Abstand. Und wir haben so viele gute Karten gezogen. Swallow Feast and Famine. Wir haben beide Schwerter gezogen. Light and Shadow und Feast and Famine. Revelation of Ezio. Edward Kenway. Auch ein sehr, 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 sehr guter Commander, wenn es um Assassinen geht. Und geiler Pirate Commander. Und ein guter Vehicle Commander. Dann haben wir noch den Ding hier unterschrieben. Und das letzte Pack. Vielleicht noch ein Minigame? Nee, kein Minigame. Schade. So. Viewpoint. Local. Wie gesagt, Coastal Piracy war auch mal eine relativ teure Karte. Swamp. Jackdaw. Loyal. Arno. Und Treasure. Und hier möchte ich es einmal kurz mal sagen. Es geht um mehr als nur Value bei diesem Set. Dieses Value hat, dieses Set hat super, super starke Karten drin. Es geht mir nicht um den preislichen Value. Wie gesagt, da sind einige Hits drin. Lasst euch nicht von der Propagandamaschinerie, die andere Content-Kreaturen anscheinend aufsetzen, ich weiß nicht warum, nicht täuschen. Das Set ist gut. Und es hat so starke Karten drin. Natürlich kosten die Karten aktuell nichts, weil sie gereprintet wurden, weil sie oft gereprintet wurden. Aber das ändert nichts dran, dass man immer Terminant gebrauchen kann. Man kann immer Mortifies gebrauchen. Path to Exiles habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 35 Stück oder so. Natürlich kosten die nicht mehr wie am Anfang 5 bis 10 Euro. Aber es sind Playable Karten, die man aus einem Booster zieht. Aus welchem Set könnt ihr behaupten, dass ihr so viele Playable Karten wie hier raus, zieht. Aus welchem Set? Also, selbst aus den Master-Sets, Commander Masters oder Modern Masters oder auch Modern Horizons, zieht ihr nicht so viele Playable Karten wie hier raus. Never, never, ever. Und das sage ich nicht nur als Assassin's Creed Fanboy oder als Magic Fanboy. Ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ich das sage, in der Set gut rede, im Vergleich zu allen anderen. Vielleicht werden alle anderen bezahlt, das schlecht zu reden. Ich habe keine Ahnung. Aber das Set ist gut. Lasst euch davon nicht entnutigen und überlegt, ob ihr nicht doch irgendwie irgendwas davon haben wollt. Bundles kann ich wirklich auch empfehlen. Und ja, dementsprechend hoffe ich, ihr hattet mit dem Video Spaß. Vielen Dank an meine Patrons, dass ihr mich unterstützt, dass ihr mir monatlich eine Kleinigkeit zukommen lässt. Ab 3 Euro könnt ihr auch ihr mich unterstützen. Und ab 8 Euro, glaube ich, werdet ihr auch in diesem Tinder gezeigt, wie diese coolen Leute, die ihr hier seht. Und ab einem gewissen Betrag werdet ihr von mir eine kleine Dankeschön-Sendung bekommen. Vielen Dank an alle Leute, die mich unterstützen. Es sind nicht nur Patrons, es sind auch Leute, die mal mir irgendwo hier mich mal unterstützen, da mal unterstützen, der liebe Lipplap zum Beispiel. Und auch andere Leute, die mir wirklich, wirklich stark in die Arme greifen. Vielen, vielen Dank an euch. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Display bezeigen, dass es nicht so schlecht alles ist, wie man manchmal denkt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sind es beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer BlackSaid. Ciao, ciao. Ciao.